Willkommen in der MindDistrict Plattform. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in der MindDistrict Plattform ein Videogespräch starten können. Loggen Sie sich dazu zunächst in Ihren Online-Therapieraum ein. Auf der Startseite finden Sie auf der rechten Seite Ihre Kontaktpersonen. Wählen Sie die Person aus, mit der Sie ein Videogespräch führen möchten und klicken Sie auf das Kamerasymbol mit der Aufschrift Videogespräch starten. Und dann erneut auf Videogespräch starten. Hallo Stefan! Hallo Katja! Sobald die andere Person Ihren Anruf angenommen hat, kann Ihr Videogespräch beginnen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!